Hallo zusammen, hier ist wieder Otschala und heute bin ich wieder für euch in Battlefest und heute wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren, kombiniert mit einem Toy Guide und zwar geht es um ein Achievement, wo wir ein Spielzeug dementsprechend als Belohnung bekommen. Der Erfolg heißt drittliche Bürger und für dieses müssen wir in der Übergangsweltquest nicht allzu nüchterne Bürger, drei zusätzliche Bürger rekrutieren. Wie funktioniert es prinzipiell? Ihr müsst gucken, dass ihr den Übergriff, also diese Invasion einmal in Kul Tiras habt, beziehungsweise im Theragadesund. Die braucht ihr. Dann als zweite Voraussetzung muss auch die richtige Worldquest sein, nicht allzu nüchterne Bürger, die ist hier direkt in Boralos hier an der Seite. Also die beiden Voraussetzungen braucht ihr. Sprich, der Rhythmus mit den Worldquests sind fünf bis sechs Tage. Also in den fünf bis sechs Tagen kann einmal diese Invasion da und dann muss auch noch mal die richtige Worldquest da sein. Kann sein, dass die zwei, drei Wochen gar nicht da ist, wenn es blöd läuft. Und wenn ihr die dann habt, müssen auch noch die richtigen Bürger da sein. Und zwar ist pro Worldquest, die ihr hier habt, immer einer von dreien da. Ich habe jetzt schon mal Marx gesetzt. Hier unten ist, glaube ich, Leeroy. Hier ist Finn. Und da, wo ich jetzt stehe, ist Russell. Das ist der letzte, den ich jetzt noch brauche. Hier, dass wir die Koordinaten mal kurz gucken. Das hier ist in die Koordinaten 67, 64. Da müsste Leeroy sein. Bei den Koordinaten 72, 62. Da ist dann Finn. Und hier, wo ich bin, etwa 73, 68. Dort ist der Russell. Und das ist der letzte, der mir jetzt fehlt. Und zwar gehen wir jetzt einmal in das Haus hier rein. Und da steht er, der Russell, der Bade. Und den quatschen wir an. Und damit habe ich mein Achievement. Und das hat es gedauert. Also wir überlegen, drei oder vier Monate hat es gedauert, bis der letzte Mal aufgetaucht ist. Das heißt, das ist eine ziemliche Warterei. Und das war jetzt auch das letzte Quest-Achievement, was mir soweit gefehlt hatte. Wenn wir jetzt reingucken, bin ich hier mit auch Tutti-Completti fertig. So, jetzt schauen wir uns das Toy an, das wir bekommen haben müssten. Jetzt schauen wir mal, ob wir es direkt schon im Spielzeug-Ding haben. Oder wie das genau funktioniert. Kriegen wir das per Post? Tja, gute Frage. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie das Achievement... Genau, Pfeife der Bürgerwehr müssten wir bekommen haben. Bürgerwehr... Ah, die haben wir direkt schon einmal im Momentar. Sonst laufen jetzt hier schon Bürger nach, aber wenn wir die Pfeife hier drücken, dann haben wir quasi nochmal ein zusätzliches Mitglied der Bürgerwehr. Und... Ah, schaut euch mal an. Bei dem kann man Sachen kaufen und vielleicht auch verkaufen. Warte, haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Okay, den Gegenstand kann ich nicht verkaufen, aber ich kann vielleicht irgendwas... Nee, ich habe wirklich tatsächlich gar nichts, obwohl das kann ich... Ah, okay, bei dem Händler können wir keine Gegenstände verkaufen. Sehr schade, aber wir können Schnaps kaufen, ja. Das ist ja auch schon mal was. Also verkaufen könnt ihr... Warte mal, wenn wir das jetzt wieder kaufen... Okay, also wirklich verkaufen können wir gar nichts, aber wir können Schnaps bei ihm einkaufen. Ja, ist doch mal ganz nett. Ich weiß jetzt nicht, ob da immer ein anderer kommt vom Aussehen her und ob es da andere Optionen gibt, aber das könnt ihr gerne mal durchtesten. Das Ganze hat, wie ihr hier seht, eine Stunde Abklingzeit, also doch eine ganze Weile. Gut, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen mehr Glück habt und, ja, eure drei verschiedenen ein bisschen schneller zusammenkriegt als ich. Bei mir hat es jetzt, wie gesagt, drei, vier Monate gedauert, bis ich alle hatte. Und ich habe wirklich jedes Mal hier die Invasion einmal gecheckt. Wir können jetzt vielleicht am Ende nochmal kurz ablaufen, wo die anderen stehen, die natürlich jetzt heute nicht da sind, weil, wie gesagt, es ist immer nur einer von den zusätzlichen Typen am Start. Leroy steht etwa hier rum, ne, also der müsste auch draußen wo sein. Und Finn, wenn er denn da ist, steht... Ich meine, wenn dann oben oder unten, irgendwo hier müsste er rumstehen. Ich meine aber, er stand oben bei mir. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Wenn ihr euch ganz sicher gehen wollt, macht euch ein Makro mit slash tar Finn, slash tar Russell und slash tar Leroy. Wie man schreibt, seht ihr ja dementsprechend im Achievement. Und dann könnt ihr sie eigentlich nicht verpassen. Vor allem, wenn ihr hier in der Mitte steht, könnt ihr eigentlich alle abdecken von der Range her. Gut, das war es vom kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.